Achtung, aufpassen, alle mal herhören. Haltet euch das Wochenende vom 28. und 29. Mai unbedingt frei, weil da gibt es jeweils einen Tag der offenen Tür zum 50. Geburtstag vom Kongress am Park im Park. Und wer nicht am 30. Mai von mir einen Ampfiff kriegen will, weil er es vergessen hat, der soll lieber mal vorbeischauen. Pfiat zu euch, Savus!